oh aufnahme läuft ich muss wahrscheinlich unten links in die ecke oder so aus moment unten hast du ne vierer gruppe ich lauf einfach mal los die müssen wir uns wahrscheinlich die müssen wir beide nehmen wie es aussieht da ist ja nur wald da muss ich ja nicht hin ich muss hier zu dem blauen wahrscheinlich nicht die alleine oder was ich habe ich habe ich habe in der mitte kein sepp ich bin ja in der mitte oder gehe ich mit in die stadt oder ich gehe zu dir drunter ich gehe mit zu dir und ich nehme den den nördlichen ja den nehm ich ja dann nehm ich da haben wir die auf 8 Uhr mit was die die crew die bringt mir ja nix hier stehen ja nicht mal laster rum ja das ist eine ost 41 das material wird entspannt sein meinst du meinst du da sind die noch zu fuß gelaufen naja t-shirt wird es nicht geben denke ich mal oh naja t-shirt wird es nicht geben ja die ponserbecken schütze 8 geben ja da kommen noch mehr ach da sind die meine das sind die blauen blauen hat hier noch was Wo ist meine? Langsam wie immer, der... Weitling Wie am Arschling Das hättest du gerne Sieht ganz gut aus, die Karte, oder? Oder wieder was Feines hingezwirbeln hier Ja, die Stadt da ist jetzt fantastisch was der hat, dein Mann Da braucht er bestimmt auch viel Zeit für, du Alter Schwede, ja wirklich Ja, das ist dieser Qualität Fachpersonal Ja, aber irgendwie so ein Laster oder so? Ich hab hier Co-Mitglieder, aber die sind ja einfach... Auf dem Board stehen, da kommt schon noch was MP schützen Was ist da Trommelfeuer? Ja Toll Kommst du in der Stadt erstmal alleine klar, ich würde erstmal mit Nils unten die dunkelblaue nehmen Alles klar Ja, das ist ja ganz gut, dass Trommel oben spielt Ich bin schon auf die Reihe Der Offizier rennt vorne weg Die sind schneller als die anderen, ne? Ja Ja, aber wie Wir auch, ja Hat ja auch noch eine Pistole, die er tragen muss Sieht ganz eindeutig, hier sieht man, dass die Die Panzerbüchsen schützen die langsamsten sind Ach ne, da sind die Doch, die Bankerbüchsen schützen Können die ist der Robert, Robert Alpha Gear, wa? Alles für die Genossen Dein Offizier rennt ja ganz vorne weg, der hat meine Hände geholt, oh Was ist da denn für ein Freak? Will er den Krieg alleine gewinnen? Hä? Hä? So, kommst du auf die Hügelkette drauf hier, oder? Oder zugemacht? Startsparnde Maßnahmen Ach das, die vier gehören alle zusammen, naja Da können wir ja erstmal ein bisschen campen Naja, deswegen Trommel geburt sich erstmal in die Stadt Und wir beide nehmen dunkelblau Ich denke mal, da liegen wir nicht ganz vergabt mit der Taktik Ich könnte ja jetzt anfangen, die Flak nach vorne zu ziehen Aber irgendwie warte ich auf den Laster, du Und die auch achten, die lässt sich nicht ziehen Ja, das stimmt, die sind so zu schwach, so Das sind mehr Borscht essen, meine Jungs Ja, wenn sie schon Sie essen Ja, warum? Was für ne Vorwäger? Oh, das ist Jos Ja, hab ich wieder diesen Vogel an der Backe, ja Wieso? 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 Ist der denn eigentlich so viel schneller als wir, ey Kennt der da nen Trick? Oder haben wir einfach getrödelt? Ist egal Da muss man sich Kannst du deinen Offizier da vorne in den Holzbunker tun? Nee, warte ich will Nee, ich hab in dem einen Haus Einen drin ist jetzt aber den Bunker Komm ich jetzt ran, dann muss ich jetzt mal auf die Infanterie rum Ja, der passt auch, der kommt auf dich zu Ach der setzt sich auch in den Ja, durch die Scheiße, hab durch die Bunkernhaufen Sicht ja Wie sieht meine Truppen jetzt? Nicht wahrz, bis die Masse da ist in den Alliieren Rückbar nach, ja Scheiße Fuck Ja, das wär schon ne schlechte E-KW mitgemacht hätte Klax Oder dass da ein, zwei E-KW am Start stehen, ne? Dass da gegen Josch etwa schon schlechte Erfahrungen Nö, wir Wölzen uns gerne 60, 40 für ihn Da ist ein Unteroffizier mit einer Schmeißer in der Hand Guck, pass auf deinen Ja, ich greife jetzt, ich greife jetzt auch eine Ahnung, warum wir uns mal die nächste Verstärkung nicht verheizt sind die Infanterie Mal schauen, was jetzt noch kommt Wie sieht's bei dir aus? Im Süden? Der sitzt da schon im Haus Du hast Fuchs gegenüber Der sitzt da Kannste wegdreschen Der sitzt da schon im Haus, der Freund Setze erstmal ein paar Männchen hier in das Dunkerlein Der spielt Trommel gegen Jörg, ne? Da sind wir eigentlich gut aufgeteilt auf der Karte hier Wie viele Mann passen denn in so einen Bunker nochmal rein? Vier? Ja, ich glaube Nö, aber die kannst du nicht zur Holz, zur Aufklärung nehmen Den würd ich nicht als Gefechtsstand nehmen, weil die Bunker machen aufm sich Das stimmt, man geht da aber ziemlich weit Also der war hier irgendwie schneller in der Stadt, keine Ahnung Wir halten jetzt praktisch nur einen blauen, ne? Ja, den hinteren, ne? Das macht ja keinen großen Unterschied Ich glaube ich setze da lieber einen MG Schützen in den Bunker Jetzt kommen die Spielzeugpanzer Ich brauche einen perfekten LKW für die Scheiße auf 8 Ich brauche einen Snyder Ja, das ist der dritte MG Schütze Ich bin entladen, die scheiß Mist Ich bin entladen, die scheiß Mist Ich bin entladen, die scheiß Mist Ja, ich habe einen von seinen MG Schützen erwischt Dreck-sau Hier ist auch noch drüben hinten Ja, ja, ich sehe Okay Kann er die Flak anhängen? Ja, kann er Wollen wir den scheiß Bunker wegmachen? Wenn ich ja 8 an der Front habe, dann würde ich umgucken Da brennt Blase Wollen wir den scheiß Bunker wegmachen? Bisschen mit dem BTR harassen hier Okay, jetzt kommt er mit seinem Zug Zug Wollen wir den von bisschen in die Breite ziehen hier? Wollen wir schauen Was mit deinen Flaks hier? Am besten jetzt ziehst du sie doch weg Ich bin oben und rollt Ich bin ja schon unterwegs Ich bin ja schon unterwegs Du sowas Entschuldigung Dönk Donk! Dommel, wie sieht's bei dir aus? Okay, versuch hier den Bunker zu stürmen. Okay, versuch hier die Fähigkeiten. Oh, das war's. Gute! Ja, das ist, was ich. Das ist, was ich nicht? Oh, das war's. Was ist das? Entspann dich! 26 mm Wagen 28 mm Wagen 29 mm Wagen Was hat er denn hingetroffen? Was hat er denn? Was hat er denn? Okay, Ness! Okay. Gott, jetzt hat er eine große Park... Das ist ja nicht fair Was? Eine 5-Zentimeter-Pack Oh, geht einem ja der Spaß Sniper! Faschistische Sniper! Oh ne, ich sitze auf dem scheiß Hügel da drauf Ich glaube es doch da drauf Verdammte Scheiße nochmal Gibt noch Infanterie-Nachschub Ok, ihr seid doch Ich bin schon